Äh Was zum... Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emily, ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt. Sie hat sie nicht nur geglaubt. Sie sind in Hoffnung für die Menschen verwandelt. Ihr habt sie angelogen. Was versuchst du da? Nimm dein Schicksal an! Miststück! Mikko, lauf! Wie kannst du es machen? Komm zur Hölle! Zurück zu ihnen, los! Ich werde sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Du bekommst ihn nicht! Warte! Nach rechts! Komm schon! Schnee! Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht! Fahr zur Hölle, Arschloch! Ich wollte geduldig sein! Nein! Nein! Du kriegst dich nicht! Alter! Ich finde dich! Du wirst sterben wie ein Köter! Hey! Was ist hier los? Ich brauche Hilfe! Bitte! Wie komme ich hier raus? Wer bist du? Wo ist sie? Hinter der Arschloch! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! So! Nur wir zwei! Komm schon! Beenden wir es! Ich weiß es scheint ungerecht! Aber du hast keine Ahnung wie man herrscht! Krieg ist einfach! Ich könnte alles zerstören! Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt! Sie hat diese Aura! Du hast sie gesehen! Ich weiß wo du bist! Hey! Was ist hier los? Zurück! Nein! Betreten verboten! Spacko! Alter! Wo rennst du hin? Es gibt keinen Kommen! Was ist der denn? Lukas! Wenn er sie angefasst hat! Es ist zu spät! Sie weiß, dass er existiert! Scheißkerl! Scheißkerl! Oh! Junge! Er schreckt mich doch nicht! Alter! Die Leute glauben an Sie! Genau wie an den Sohn! Bleib weg von mir! Win! Verstehst du nicht! Das alles ist größer als du! Ich weiß gar nicht wo ich bin! Gib deinen Bruder auf! Muss immer was anfangen wieder, oder? Das könnte so einfach sein! Du Ära! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt! Sei nicht so dramatisch! Du wirst verschwinden und nie das wird dich vermissen! Gib einfach auf! Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst! Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorfen ist! Auf diese Welt am Leben! Wir! Geh! 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 Ich muss die anderen finden! Schnell! Ich muss irgendwie wieder nach oben! Meine Schulter ist endgültig ruiniert! Schnell! Es tut so weh! Mal gucken wo ich gerade bin! Wo ich hin muss! Wahrscheinlich kommt er da! Verdammt! Das ist zu laut! Hör auf die harte Tour also! Keine Zeit! Schnell weg! Ich höre dich! Du wirst nachlässig! Hallo Nora! Ich muss ihn abschütteln! Ich muss ihn abschütteln! Aber die wollen jetzt nicht, dass ich das Tor immer wieder aufmache! Oder? Boah ich bin so! Ames Zorgel! Ich muss ihn einsperren! Du sitzt hier fest! Wohin du auch gehst! Ich finde dich! Dafür wurde ich ab! Wo könntest du sein? Ja genau jetzt kommt der! Der nervt! Tut weh! Nicht wahr? Ich kann den Schmerz lindern! Vertrau mir! Halt deine Klappe! Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt! Du hast viel durchgemacht! Das merke ich! Das macht es noch aufregender! Keine Ausgabe! Was ist hier? Komm her! Komm! Du sitzt in der Falle! Na komm! Mach weiter! Hügo! Hügo! Mutter! Lukas! Sie sind alles was zählt! Du dreckige Kleine! Ich habe lange nicht mehr gejagt! Seit ich Emily kenne! Und du bist ein Bewusstsein! Stella! Na look dich! Bring dich um! Sobald ich kann! Was ist offen? Okay! Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? Läufst du schon wieder weg? Du bist unermüdlich! Halt! Deine Klappe! Du hast es geschafft! Boah! Junge! Ich habe so ein Struggle! Ich bin ja gerade so! Alter! Am Concentrated! Weil ich nichts falsch mache! Bitte! Hör auf! Das ist Wahnsinn! Er wann halt! Hör auf vor dem Laufen da vorne! Oh ne! Nicht unnächtig werden! Ugo! Sie holen ihn! Nein! Dann fliegt er aus und gibt's dir wie alles voll mit Ratten! Der ist so dumm, der sagt! Sie müssen hier weg! Äh! Auch wenn es weh tut! Keine Müsse auch! Hat jetzt ihren Arm verstauen oder gebrochen? Du kennst das Gefühl! Nutze es! Nutze es gegen sie! Habt keine Angst! Wir haben es gut gemacht! Ja, ihr habt versagt, aber... Dieses Kind gehörte nie wirklich euch! Ich bin so erfüllt von ihm! Ugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit! Er wird eure Leere nicht füllen können! Ihr werdet sterben! Alle werden sterben! Nein! Er wird geliebt! Er wird strahlen! Noch mehr als die Sonne! Und die Dunkelheit abwehren! Und ich... Ich bin die Mutter! Ich komm jetzt an die Mutter! Welche ehrenvoll einen Gott groß zieht! Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Ugo? Da drin! Los! Lauf weg! Amicia rein! Endlich! Wie kann man den Kindern schlagen? Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen! Nun gut! Ich bin bereit! Meine Aufforderung? Ich nehme an! Du hast mich überrascht! Ich bin beeindruckt! Du bist bemerkenswert! Du stellst dich mir! Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst! Das bin ich! Vergiss meinen Bruder! Oh! So enthusiastisch! Es brennt ein Feuer in dir! Aber trotzdem! Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren! Ich bin keine Soldatin! Oh! Ich weiß! Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast! Ich wählte dieses Leben! Deshalb wirst du scheitern! Ihr redet zu viel! Pfeifling! Los! Behaupte dich! Sei standhaft! Du musst das Schwert besser halten! Ach, was für eine Schande! Kämpfe nie um dich nur zu verteidigen! Kämpfe um zu töten! Zu sieben! Was du auch sagst! Du bleibst ein Feigling! Amicia! Wer bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia der Run! Ach, hör auf! Und ich knie vor niemandem! Hör auf! Siehst du? Und jetzt kniest du da! Nein! Nein! Hört auf! Bitte! Hört auf! Hört sich die Haare ab! Nein! Psychos! Ja, psychische, äh... Ich bewundere euch! Eure Kinder sind stark! Eure Bande sind stark! Nun, in ihrem Alter... konnte ich von so einer Liebe nur träumen! Doch es geht nicht nur um uns! Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden! Muss sich in Licht verwandeln! Dann... Dann strahlt sie... Auf die ganze Welt! Dies... Ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche! Sag mal, gehen wir zum Zischata, ey! Liebe kann töten, Emily! Wenn ihr das eines Tages erkennt... Wird es zu spät sein! Für euch... Wird es zu spät sein! Ich bin so stolz auf dich! Nein! Nein! Amicia? Mama? Ich fühle mich so... Was für dumme Köpfe, Alter! Ohne Witz! Haben die gerade eine Plage voller Tür und machen so eine Scheiße! Ohne Witz! Ich... Kann nicht mehr! Wie spielt ihn jetzt? Amicia? Ich musste grad zu sagen, er lauft vor den Graf weg! Wie? Finde Amicia! 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 Lukas? Wo seid ihr? Er flippt gleich aus und dann ist die ganze Welt unter! Wo... sind denn nur alle? Und dann ist Spiel vorbei! Warum schneidet der die Haare ab? Ich verstehe es nicht! Ich kann ja nicht schneller laufen! Links oder rechts? Ich geh mal rechts! Okay! Dann halt nicht äh... Er weiß nicht also wie man Tür öffnen. Okay! Oh... mein Kopf... Ist... das ein Traum? Nein... Das ist... Echt... Oh... Da ist jemand! Ja... Jetzt gleich passiert's und dann... BAM! Jede Wette, dass der gleich ausflippt. Wenn er seine Toten unter sieht. Und Amicia... Was tut ihr da? Ähm... Emily? Oh! Mein liebster Junge! Du solltest zurück ins Bett gehen! Mama? Ist sie tot? Nein! Nein! Geh wieder ins Bett! Victor! Bring ihn zurück! Bitte! Das war's! Was? Mein Herr! Wir müssen hier weg! Wir holen sie von innen! Oh ja! Er ist es! Ich wusste es! Emily, ich hole dich! Das zieh schon... Nein! Aber was machst du? Bitte nicht! Bitte! Ich bin die bessere Mutter! Ich bin die bessere Mutter! Du brauchst mehr! Du brauchst mehr Ratten! Bitte! Sie steckt fest! Erledige sie! Ruf mehr! Sie wollen Blut! Beschütz dich! Wir greifen um jeden Preis! Hier ist dein Blut! Pressen für die Rasse! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir ein! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Halt! Sie tun dir nichts, mein Sohn! Sie wollen nur nie! Steh! Ihr werdet alle sterben! Nein! Nein! Erteutet das verdammte Mädchen! Koste es, was es wolle! Ja, kommt! Kommt zu mir! Gebt uns euer Blut! Zu nah! Die sind viel zu nah! Oh! Ich bin zu nah! Oh! 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 Weiter! Oh! Jungen, die kommen aber schnell, ne? Die laufen einfach durch die Garten. Die krachen. Sie steckt fest! Erledige sie! Ruf mehr! Sie wollen Blut! Die Kräfte mit! Ah! Hier ist dein Blut! Rest für die Rappen! Ah! Wir zahlen es dir ein! Mach weiter, Hugo! Oh! Was? Was ist das? Halt! Sie tun dir nichts, mein Sohn! Sie wollen nur nie! Steh! Wir werden alle sterben! Nein! Das ist ein Fehler! Das ist ein Fehler! Tötet das verdammte Mädchen! Kostet es, was es wolle! Ja, kommt! Kommt zu mir! Gebt uns euer Blut! Zu nah! Die sind viel zu nah! Wir brauchen mehr Männer! Leute! Es funktioniert! Es kommt nach Berne! Sie will mich täuschen, Hugo! Nein! Ich fass dich auf! Wer hält mich durch, Amicia? Gut! Lass ihn! Ah! Ah! Wie viele Leute kommen denn da? Woher kommt die? Woher kommen die? Blut! Ja! Reiß sie! Ah! 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 Woher kommt sie her?! Alter! Wie kommen denn da? Da? Woher kommen die aus der Schlüssel schon? Sie steckt fest! Erledige sie! Ruf mehr! Sie wollen Blut! Beschütz die Gräfin und lehren! Hier ist dein Blut! Fress für die Abtrennung! Woher kommen die alle her? Ja! Wir zahlen es dir! Ja! Nein! Mach weiter, Hugo! Ah! Man kann die auch von weiterspielen! Ich dachte, das ist ein bisschen schwer. Ah! 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 Wir kleinen Dummköpfe. Dumm, ne? Selber Schuld. Ich sag da nur selber Schuld zu. Amicia? Amicia, wo bist du? Ich, ich bin hier. Oh nein, Hugo, nein, Hugo, nein, Antwort, sag doch was, Hugo, nein, oh danke, danke, es geht uns gut, dir geht es gut, alles ist gut. Kapitel 13. Nichts bleibt. Bitte, Hugo, sag doch was. Sieh mich an, bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Jetzt holt die Fluft und steh auf. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. Okay. War die Schockstarre bei ihm? Ist der noch bei, äh, sich irgendwie? Er scheint voll gelähmt zu sein. Wie eine Marionette. Ist es der Arm? Die Schulter. Ich werde sie einringen. Tu es. Nicht bewegen. Das wird wehtun. Alles gut? Dann komm. Hugo, gehen wir. Gehen wir. Oh, hier gibt es auch Kisten. Oh, vier noch. Oh, vier noch. Wir haben auch keine Werkzeugklüsse mehr. Na los. Alles wird helfen. Du brauchst es. Ja, das ist eigentlich etwas, was wir machen können. Bessert ihr IGV-Person, das ist ein Lagerkriegner. Ja, komm. Alles, was wir noch machen können. Das sollte die Sache erleichtern. Aber jetzt fehlen eigentlich neun Werkzeugschlüsse, ne? Und dann ist das große Finale wahrscheinlich. Es muss hier irgendwo rausgehen. Oh, hier war noch ein Reitzel aus. Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich seh nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Na gut. Aber geh nicht zu weit. Also, Hugo, ich glaube, du hörst mich. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Blasse Haut. Nein. Aber das Zeichen der Makula. Ich kann es von hier nicht bewegen. Sieht größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Darf ich mir deine Augen ansehen? Normale Pupillen. Ach, du blinzelst kaum. Oh, ok. Easy. Hier. 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 Wie exakt da Splasher weg ist. Easy. Ah. Ah, Scheißdorf. Achso, und jetzt kommt schon ganz... Ah. Ah. Das ist auch lecker. Magen. Da ist hier hinter was. Sieht gut. Was ist das denn hier? So ein Chaos. Oh, ich kann nicht. Oh, bitte. Bitte, wie soll ich das schaffen? Bitte. Bitte. Ich kann nicht. Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Kämpfe. Kämpfe weiter. Bis ans Ende. Einfach kämpfen. Selbst wenn die Hoffnung verloren ist. Kämpfe weiter. Wenn du mich hörst, dann... Ja. Ah. Geht's dir gut? Ja. Scheiß Hartz, ey. Wie geht's ihm? Sein Verstand ist... ausgelöscht. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann... kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir's hiermit. Komm mit, Hugo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.